Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Box Opening. Heute ist Victini dran. Meine Freunde ist wieder im Hintergrund. Yay! Hey! Und wir sehen uns nach dem Intro, wenn das Ding offen ist. So, da ist die Box offen. Hier haben wir die wunderschöne Promo, die hoffentlich diesmal sofort scharf wird. Ja, wunderbar. Wieder ein wunderschönes Artwork. Die Karte ist halbwegs spielbar. Mit Energieforderung, Triumphball. 70 KP ist halt scheiße. Da kann man nichts machen. Immer wunderschön. Sieht bestimmt super im Schrank aus. Der Pin, auch wieder wunderbar verarbeitet. Du magst die Pins ja so, ne? Ja. Ich finde, die sind alle sehr schön verarbeitet. Und ich bin froh, dass wir die endlich mal auch in Deutschland haben. Also so. Das ist mein Generation Booster. Meine Lieblings-Artworks vorne drauf. Und nachher, am Ende, noch Special hier. Pokémon Sticker. Von 1999. Im Müller gefunden. Aber erst in ein Rechnungs-Booster. Turutok zum Schluss, weil Turutok geil ist. Und ich hoffe natürlich auf Frostietje und Flauschling. Ja. Deine Lieblings-Karten. Das ist echt nicht fair. So. Hier haben wir wieder Endivio. Fängt immer mit Endivio an, man hat das Gefühl. Ein unscharfes Endivio. Dankeschön. Eine Wartung hieß es. Ah, Maschok. Fleckmon. Magma. Nebulak. Vollenergie. Savcon Reverse. Uuuu. Flammarix-Full-Art. Ja, Mann. Mein fünftes Flammar auf Deutsch. Meine dritte Full-Art insgesamt mit den Englischen auch. Und. Galoppach. Perfekt. Hat sich schon gelohnt. Ja, und meine Victini-Box mal wieder nicht. Ist, ist klar. Ja, aber deine Schelmen und deine Agnes-Box waren dafür geil. Ja, gut. Aber in meiner Victini-Box war wieder nur Müll drin. Hatte ich dann sogar auch Flauschling drin? Mein ja. Ich mein schon. So, letztes Pack. Ich finde schade, dass da nur zwei drin sind. Ich hätte nur drei machen können oder so. Für den Preis ja auch. Flutextus. Ich glaube, mein erstes auf Deutsch. Austoss. Savcon. Machalach. Paras. Feuer. Wunderbar. Kleinstein. Revers. Karpador. Prostetie. Und. Uuuu. Sauger, mein drittes. Ich könnte kotzen. Du kannst es auch gerne mir geben. Ich habe da nichts gegen. Das ist meiner Meinung nach auch nicht so gut spielbar. Das Artwork ist auch nicht so hübsch. Das Pokémon ist halt auch scheiße. Das ist aus schwarz und weiß. Wieso macht man daraus eine EX? Also wirklich. Man muss ja aus allem eine EX machen. Warum dann kein Karpador EX? Weil es ja nicht die Ententwicklung ist. So, hier die drei wunderschönen Karten, die wir gezogen haben. Flammar X. Freut mich richtig. Jetzt die 1999 Booster. Äh, Sticker Booster. Serie 1. Eigentlich viel zu schade zum Aufmachen. What to collect. Erstmal scharf werden vielleicht. 150 Pokémon Stickers. Featuring every Pokémon. Weil es auch 151 damals schon waren. 45 Bonus Prisma Sticker und 18 Goldware Sticker. Ich will natürlich einen Goldware Sticker haben. Versuche es mal so aufzureißen, dass es nicht kaputt geht. Von vorne. Da geht irgendeine Folie mit ab. Ey, die waren damals aber geil verpackt. Das ist unglaublich. Damit du mehr Spaß zum Aufpassen hast. So, sieht es noch gut aus von vorne. Ja, sieht es. Halbwegs, wenn man es mal presst. So, wir haben Prisma Sticker, schade. So, wir haben hier ein Nidorino. Ein unscharfes Nidorino. Er hat scharf. So. Geil. Ein Purinter. Du hast ein Evoli. Ich habe ein Evoli. Ey, ich hasse dich. Ein Evoli. Wobei es nicht gar nicht so hübsch ist. Es sind ein bisschen grün geraten. Das stimmt. Vielleicht ist es ja krank. Hallo, Lachso. Wunderschön. Ich liebe diese alten Artworks noch. Ähm, Alpollo. Haunter. Wie einfach hinter... Oh, la. Unter jedem Namen Tappen steht. Mirabla. Unscharfe. Jetzt scharf ist Mirabla. Halbwegs scharf ist Mirabla. Irgendwas ist mit dem Autofokus kaputt. Visa Floor. Ja, dann bleib halt unscharf. Visa Floor ist auch okay. Ist nur Billy Cat. Ach du Scheiße. Prisma Sticker ist da leer. Shit, ey. Hihihi. Hallo? Bitte? Komm schon. Kamera. Ah. Und halt hier unten, so. Und Gary. Uh. Ja. Also da muss ich sagen, fand ich meine beiden Packs besser. Ja. Du hattest Ash und so ein cooles Undercover-Mauzi. Ja. Aber echt cool, dass wir die da irgendwie gefunden haben. Warum auch immer die noch verkaufen. Auf jeden Fall. So zwei Ausbeuten hier. Über Flammare freue ich mich sehr. Ja. Danke fürs Zusehen. Das nächste sollte... Was kommt als nächstes? Ähm, ich glaub dieses Liga, ne, oder? Nee, das kommt nicht. Ach, dieses Pony-Dings. Das Pony aus Schwarz-Weiß. Dieses Pony-Dings-Wungs. Weil das Name ich nicht kennen, weil Schwarz-Weiß scheiße ist. Danke fürs Zusehen und... Tschüss. Tschüss.